Hallo und herzlich Willkommen aus dem The Nines. Das The Nines hier in Bonn könnte so ein Format auch für unseren Nachhaltigkeitshub sein, den wir in der letzten Haushaltsrunde hier beschlossen haben. Wir haben 250.000 Euro in dem aktuellen Haushalt bereitgestellt, um unser Nachhaltigkeitshub auf die Beine zu stellen. Was soll dort passieren? Im Nachhaltigkeitshub wollen wir Gründer und Gründerinnen unterstützen, ihre Geschäftsformate, die in jedem Bereich liegen können, fähig zu machen. Das könnten unter anderem sein Gründerinnen und Gründer, die im sozialen Bereich gründen oder Gründer und Gründer, die vielleicht in der nachhaltigen Landwirtschaft gründen wollen und da Konzepte entwickelt haben, die auch auf Nachhaltigkeit basieren, die nicht in erster Linie gewinnorientiert sind, aber auch nachher in irgendeiner Form marktfähig sein sollen und einen Ort zu haben für Leute, die sich der Nachhaltigkeit und nachhaltigen Geschäftsmodellen verschrieben haben.